Glockenläuten Applaus 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 Zweiundzwanzigste Minute, Tor für die Jeter! Tor für die Jeter! Der Spieler mit der Nummer 10, Anton! Aufzuspielspieler mit der Nummer 8, Schottluss! Der Spieler mit der Nummer 10, Anton! Zweiundzwanzigste Minute und noch ein Platz in der Klingel! Zweiundzwanzigste Minute und noch ein Platz in der Klingel! Tor für die Jeter! Tor für die Jeter! Torf für vor, die Jeter! Sehr geehrte Winschалchen. Sehr geehrte! Applaus 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 Einen 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 Jetzt kann man nicht machen Die kennen die Regen ja noch alle Wissen Komm mit dem Sehr Schiedsrichter Sehr Schiedsrichter War toll Jetzt haben wir nichts mehr gemacht Machst du das immer nicht? Du, meine Kamera ist wichtiger Wichtige Regeln Diese Kamera ist immer vorne Wir müssen ein richtiges Spiel aufbauen Wichtiges 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 Drei 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 Das war das Spiel im 7. Jahrhundert, mit dem Nürnberg aus der Stadt des 7. Jahrhunderts. Ihr seid mit meinem Galswahl! Galswahl!